Aber was wäre, wenn der Dieb am Kreuz nicht geglaubt hätte? Was wäre geschehen, wenn der Dieb am Kreuz nicht den Namen des Herrn angerufen hätte? Nun, er wäre zur Hölle gefahren. Fünftens, wir glauben, dass die Unerlösten die Ewigkeit in einer buchstäblichen Hölle in Qualen verbringen werden. Wir glauben, fünftens, dass die Unerlösten, die Ungläubigen, die Verlorenen, die Ewigkeit in einer buchstäblichen Hölle in Qualen verbringen werden. Aber was ist mit den Leuten, die Gott nicht kennen, ansehen? Was ist mit den Leuten, die Gott nicht kennen? Nun, die Bibel sagt in 2. Thessalonicher 1, Vers 8 In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen. Und wenn du ein Problem damit hast, dann sollten wir vielleicht nochmal zurückgehen zum vorherigen Punkt, wo es darum ging, Jesus Christus nachzufolgen, Seelengewinn zu gehen, das Erangelium zu verkündigen. Ja, ja, fahren die etwa alle zur Hölle? Nun, wo bist du beim Seelengewinn? Wo bist du, wenn wir offizielle Seelengewinnzeit haben? Wo bist du, wenn es wieder einen Seelengewinn-Marathon gibt? Dann rette doch Menschen! Verkündigen ihnen das Evangelium! Rette sie vor der Hölle! Das ist, was die Bibel lehrt, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Offenbarung Kapitel 14, Vers 11 Die Bibel macht keine Späße, wenn es um die Hölle geht. Die Hölle ist ein realer Ort, nicht irgendwie eine Idee, nicht irgendwie ein Zustand, sondern ein realer Ort, an den jemanden kommt, um für seine Sünden in Ewigkeit bestraft zu werden, weil er nicht an den Herrn Jesus Christus geglaubt hat. Und hier ist das Ding, wie ich gesagt habe, es gibt eine Sache, die Gott besonders einfach gemacht hat. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du dein Haus. Es ist so einfach. Sie könnten glauben, ich glaube an dich, Herr Jesus Christus, du bist von meinen Sünden gestorben, ich vertraue dir allein. Nimm mich in den Himmel auf, wenn ich sterbe. Sie könnten sich das Leben so einfach machen. Sie könnten einfach ihren Stolz ablegen und sagen, okay, ja, ich bin ein Sünder, bitte rette mich. Ich will nicht an diesen Ort der Qual kommen. Aber siehst du, Menschen sind nicht, die meisten Menschen sind leider nicht interessiert an der Wahrheit. Viele Menschen sind ganz einfach zu stolz, das Evangelium anzunehmen. Sie wollen eben lieber zum Beispiel auf ihren Reichtum vertrauen. Und wie schwer ist es eben für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Was ist der Hauptgrund, dass jemand nicht gerettet wird? Stolz. Und die Bibel spricht davon, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Wenn jemand nicht an Jesus glaubt, oder noch schlimmer, nicht glauben will an Jesus, dann liegt das daran, dass er die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat. Siehst du, es gibt Atheisten, die gerettet werden. Sie sind atheistisch erzogen worden. Aber sie werden gerettet. Warum? Weil sie die Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Sie wollen die Wahrheit wissen, egal was die Wahrheit ist. Und ratet mal was, wer sucht, der wird finden. Sie finden Jesus Christus, finden Errettung. Errettung ist einfach. Wenn jemand zur Hölle fährt, nun, ich glaube, dass jeder seine Chance bekommt, gerettet zu werden. Es ist ihre Schuld. Gott hat alles getan. Gott hat es einfach gemacht, in den Himmel zu kommen. Offenbarung 14, Vers 11. Offenbarung 14, Vers 11. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die, das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe. Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werden keine Ruhe haben, Tag und Nacht. Sie werden keine Ruhe haben, Tag und Nacht. Das ist unvorstellbar. Lass dir das ruhig auf der Zunge zergehen. Was die Bibel hier sagt. Dass sie keine Ruhe haben werden, Tag und Nacht. Aber weißt du was? Du könntest beim Seelengewinn dabei sein. Du könntest Menschen warnen vor der Hölle. Sie zumindest warnen. Ob sie das Evangelium annehmen, hey, das liegt an ihnen. Aber du könntest sie zumindest warnen.